Twinkle ist das Produkt, das Sie brauchen, damit Ihre Kupfer- und Messinggegenstände lange Zeit glänzen. Twinkle verlangsamt die Oxidation und hat einen angenehmen Geruch. Hier sehen Sie, wie man das Produkt anwendet. Zuerst den zu reinigenden Gegenstand mit warmem Wasser spülen. Den Schwamm leicht anfeuchten und etwas Twinkle darauf geben. Den Gegenstand damit abreiben, bis sich Schaum bildet. Unter warmem Wasser abspülen und abtrocknen. Den Schwamm säubern und noch leicht feucht in die Dose zurücklegen. Jetzt glänzt Ihr Gegenstand für lange Zeit. Probieren Sie Twinkle aus. Sie werden von der Effizienz und der einfachen Handhabung begeistert sein.